Nehmen wir Francesca von Habsburg mit ihrem Sohn Ferdinand. It's a pleasure having you here tonight. Do you have any kind of obligations tonight or can you judge us the party? Müssen Sie arbeiten oder können Sie nur Party feiern? Ich arbeite nicht. Ich partei. I take part very willingly with Jean-Paul Gaultier's Fashion Show. Okay. I'm looking forward and I hope I don't fall flat on my face. Sie hofft, dass sie nicht wie letztes Jahr stürzt. Das wird nicht mehr passieren. Ferdinand, Sie sind sehr jung, 18, der erste Liveball. Was erwartet man sich von so einem Ball, das ist ein junger Mensch? Ich bin zum ersten Mal da. Ich freue mich schon mega auf die Party, auf die Show. Wen würden Sie denn am liebsten kennenlernen von unseren Gästen? So viele wie möglich. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wer hier kommt und wer da ist. Also ich freue mich schon auf das Kennenlernen. Sheerlons Theron, Sie sind super Topmodels auch hier. Einfach hingehen und sagen, hallo, ich bin der Ferdinand. Ja, natürlich. Werden Sie sich das trauen? Ja, ich bin ja mit hübschen Mädchen, also das passt schon. Okay, gut. Außerdem sind die Geschmister auch mit. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Thank you so much. Have a nice evening. Dankeschön.